Ich halt die Augen auf, die Lieder schon schwer, aber ich stemm mich, schau ins Dunkel gegen den Schlaf. Solang ich wach, kann mir nichts. Ich habe immer wieder einen ganz bestimmten Traum. Ich kann das nicht erklären. Ein richtiger Albtraum. Immer von besseren Zeiten habe ich mich durchgemogelt durch das Ausreißen, mit vor den Dingen davongelaufen. Das ist geschrieben, als wären wir Bestien. Das war alles gelogen. Wiederholen, rezitieren. Heute, gestern, morgen. Noch 400 Zeilen. Schreibe ich irgendwas auf, werden Sie es finden. Und dann in den Keller. Jetzt fragt mich einer, wieder, wieder mal, wieder einmal fragt mich einer, ganz still am Ohr, summend, melodisch, leise, was ich denn anders machen würde, was ich mir dann wünschen würde für das Leben, für die Welt, für mich, wenn da wieder mal jemand versucht, die Kinderköpfe zu verstehen, zu begreifen. Ein guter, ein guter Mensch, denkt er selbst, ein guter, will wissen, was ich für eine Welt, wenn ich all das, was ich wollte, hätte haben können, was für eine Welt. Wie soll das schon gehen? Wie soll das schon gehen?